Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Blatzeak Märchen von den Gebrüdern Grimm Lieb und Leid teilen Es war einmal ein Schneider, der war ein zänkischer Mensch und seine Frau, die gut, fleißig und fromm war, konnte es ihm niemals recht machen. Was sie tat, er war unzufrieden, brummte, schalt, raufte und schlug sie. Als die Obrigkeit endlich davon hörte, ließ sie ihn vorfordern und ins Gefängnis setzen, damit er sich bessern sollte. Er saß eine Zeit lang bei Wasser und Brot, dann wurde er wieder freigelassen, musste aber geloben, seine Frauen nicht mehr zu schlagen, sondern friedlich mit ihr zu leben, Lieb und Leid zu teilen, wie sich's unter Eheleuten gebührt. Eine Zeit lang ging es gut, dann aber geriet er wieder in seine alte Weise, war mürrisch und zänkisch, und weil er sie nicht schlagen durfte, wollte er sie bei den Haaren backen und raufen. Die Frau entwischte ihm und sprang auf den Hof hinaus, er lief aber mit der Elle und Schere hinter ihr her, jagte sie herum und warf ihr die Elle und Schere und was ihm sonst zur Hand war, nach. Wenn er sie traf, so lachte er, und wenn er sie fehlte, so tobte und wetterte er. Er trieb es so lange, bis die Nachbarn der Frau zu Hilfe kamen. Der Schneider ward wieder vor die Obrigkeit gerufen und an sein Versprechen erinnert. Liebe Herren, antwortete er, ich hab gehalten, was ich gelobt habe. Ich habe sie nicht geschlagen, sondern lieb und leid mit ihr geteilt. Wie kann das sein, sprach der Richter, da sie abermals so große Klage über euch führt. Ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Haare mit der Hand kämmen wollen. Sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da bin ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pflicht zurückkehre, als eine gut gemeinte Erinnerung nachgeworfen, was mir eben zur Hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr geteilt, denn, so oft ich sie getroffen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid. Habe ich sie aber gefehlt, so ist es ihr lieb gewesen, mir aber leid. Die Richter waren mit dieser Antwort nicht zufrieden, sondern ließen ihm seinen verdienten Lot auszahlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020